Kinder-Club stellt vor! Das sind Maria, Katja und die kleine Lisa. Die Gartenarbeit Heute wollen die Mädchen im Park helfen, Bäume einzupflanzen. Was sollen sie anziehen? Hallo Maria! Bist du bereit? Dann lass uns in deinem Schrank stöbern. So viele verschiedene Kleidungsstücke. Probier mal das hier an. Nein, für die Arbeit im Garten ist das ungeeignet. Und das? Es ist schon Frühling. So wirst du schwitzen. Vielleicht das? Super! Nimm auch einen Spaten mit. Jetzt kann es losgehen. Hallo Katja! Wie sieht es mit dir aus? Was siehst du heute an? Hm, was suchst du dir aus? Nimm das da! Das ist zwar bequem, aber... Nein! Vielleicht das? Nein! So wird es dir kalt. Außerdem kann die Kleidung ja schmutzig werden, wenn man Bäume einpflanzt. Ich glaube, das passt am besten. Und nimm auch eine Gießkanne mit. Wunderbar, du wirst Bäume gießen. Hallo Lisa! Du kannst es kaum abwarten, in den Park zu gehen. Stimmt's? Dann zieh dich flott an. Also, was sagst du dazu? Du hast recht. Das ist für einen anderen Anlass. Oh, ich glaube, das passt. Magst du das nicht? Was willst du dann? Das? Aber so wird es dir ganz unbequem. Okay, wie du willst. Die Mädchen sind ganz fleißig. Maria pflanzt Bäume ein. Katja gießt sie. Und Lisa? Und Lisa isst selbst wie ein Baum. Du bist ja lustig. Abonnier den Kinderclub-TV-Kanal und schau neue Zeichentrickfilme jeden Tag. Das geht ganz einfach. Drücke auf den Knopf Abonnieren neben der Giraffe. Gleich jetzt. Dann braucht ihr einセ�״. guess what? Das gehtst len Nwa Hau. Ja, ich bitte. Das geht erstmals hier. plaßend, Duele tresker, das dauert年 bis FC Buss. Vielen Dank.